Die Kontrolle über Gotham Das Dach ist schwer gesichert. Das muss das Versteck des Pinguins sein. Wie ich aus dieser verdammten Stadt komme. Gotham, die beschissenste Stadt Amerikas. So schlimm ist es nicht. Komm schon, schau doch mal. Siehst du irgendwas, was gerettet werden sollte? Ich würde diesen Ort niederbeinen und dann von vorne anfangen. Hier Der Neid hat ihn angeschossen. Hätte ihn auch töten können. Mann, das wird der Fledermost zusetzen. Das Dach war schwer gesichert. Das muss der Einwohner sein. Und wo geht es hier rein? Hier. Komm schon, tu irgendwas. Du machst mich ja lächerlich. Ihr hättet sie mir gestohlen und irgendwo versteckt. Psst, es wird großartig. Er weiß nicht einmal, dass du hier bist. Komm schon. Der Arkham Knight, Barbara Gold. Sag mir, wo sie sind. Sie hatte er also? Die Kleine des Commissioners? Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot. Ach, sie wollten zu dem Kerl namens Simon Steck. Er gehört einem Farmerunternehmen oder sowas in der Hand. Lüg mich nicht an. Ach, tu ich nicht. Wirklich. Sie sagten, er verlässt Gothenwald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Mach dich kalt. Wir schießen, Batman. Das wird dir auch nicht helfen. Scarecrow wird dich brechen. Du bist erledigt, Batman. Haltet ihn fest für uns. Ich hab meinen Schwinger perfektioniert. Seht zu und lernt. Wird seine Rübe direkt von dem... Du regelst das schon, was? Keine Angst, du kannst mir später danken. Du bist in deinem eigenen Flugbahn. Du bist in deinem eigenen Flugbahn. Na, fast nur noch zu einkaufen. Der Großteil ist nicht. Oh. Das wird gleich ganz schön. Das war doch so. Das war doch so. Du bist. Das ist wirklich. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Also die Kampfszenen sind sehr viel epischer als in allen vorigen Batman-Teilen. Scarecrow, diese Waffen, das alles geht auch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal, bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Was für ein Wichser. Den nehmen wir jetzt aus dem Biss. Ernsthaft? Nimmst du ihm das Gehabe ab? Macht er doch nur, um einschüchtern zu klingen. Mal sehen. Wir haben einen Haufen Sprengstoff und du hast Explosivgel. Man braucht nicht den weltbesten Detektiv, um auf die Lösung zu kommen. Hast du deinen mickrigen Verstand verloren, Bats? Drück ab und du tötest uns beide! Drück ab und du erwischt uns beide! Normalerweise würde ich gutes Geld für so etwas zahlen, aber wir haben wirklich keine Zeit. Ich muss erst die Waffen des Pinguins zerstöpfen. Wenn ich die Tür schließe, kann ich die Explosion heimdennen. Bitte! Was tust du, Bats? Komm schon! Sperr mich nicht ein! Ich mach, was du willst! Soll ich Wäsche waschen? Mach ich! Alfred, helfst du? Kein Problem! Zack, mit dem würde ich nicht tauschen! Ich sollte sie erst zünden, wenn ich weiter weg bin. Ich werde Barbara retten. Ich melde mich, sobald ich die Laster vom Pinguin gefunden habe. Danke, Dick. Das weiß ich zu schätzen. Wofür hat man... Oh, Waffenschieber. Neue Mission. Oder? Ne, Mission. Alfred, finde so viel wie möglich über Simons Deck heraus. Der Farmer-Riese? Natürlich, Sir. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Oh, warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Ja... Er ist weg! Feuer frei! Schiebt alles nieder! Los! Ja, Rauchbombe, oder... Die Soldaten haben die Tür im Auge. Wenn ich meine Ausrüstung verwende, werden sie es bemerken. Ich muss einen anderen Weg finden. Wie sollen wir hier bloß rauskommen? Schau nicht mich an! Ich bin nur ein körperloses Wesen. Ja, ich denke auch, wollen wir eigentlich aber... Die Soldaten haben die Tür im Auge. Wenn ich meine Ausrüstung verwende, werden sie es bemerkt. Das wird nicht funktionieren. Die Wachgeschütze erkennen mich durch den Rauch hindurch. Ja, blöd. Du kannst nicht die ganze Nacht da oben bleiben. Diesmal musst du dir was Neues einfallen lassen. Ha. Langweilen sie... Wir sind einfach zu tot. Ach so. Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Unser Auto. Habt ihr ihn? Ich weiß nicht. Glaube schon. Fühl's raus, find die Leiche. Nein. Du gehst. Du willst sie doch getroffen haben. Oh, war mein Fehler. Das hast bestimmt du. Du bist immerhin in der Schauschschule. Ich, ich bin eher der Haken. Seit wann? Seit gerade eben. Also, warten wir einfach, warten, was passiert? Er ist wahrscheinlich eh tot. Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Wir sollten unseren Lohner. Nein, sagt man, dass der Stand verschwinden. Kann ich kaum erwarten. Ich hasse es hier. Hier regnet ständig und es stinkt. Er ist in... Ich persönlich hätte scharfe Munition benutzt. Erfurt, was wissen wir über Simon Stagg? Mal sehen. CEO von Stagg Enterprises. Eine fortschrittliche medizinische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Staggs Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Saunders Island mit Langstrecken, Nadal und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Bettmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleibe auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Sehr wohl. Viel Erfolg, Sir. Aha. Sir, Staggs Luftschiffe sind festgemacht und gesichert. Wir holen ihn ran. Gut. Geht rüber, findet Stagg und verhört ihn. Und Lieutenant, ich werde Ihnen eine weitere Einheit für den Wachdienst zuweisen. Wen bewachen wir? Scarecrow. Der Boss will an Bord kommen. Der Boss will an Bord kommen. Los, los! Oh, ho. Oh. Oh. Oh, jetzt meinst mal. Oh. 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 Oh, oh. 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 ich würde gern militärfahrzeuge finden ansonsten da unten da kann man noch was sehen auf der karte von sammelbaren sachen 20 sachen elf zerstören neun sachen schuten aber dann hat es auch noch ein event so dann muss ich wahrscheinlich hier keine ahnung was das ist so von rickler haben wir auch gerade mal 5 gelöst sind jetzt alle meisten sachen bei frauen das island ungünstig ich sag's dir ich höre seltsame geräusche da draußen zieht irgendwas rum du arbeitest für den riddler also rede weiß ich nicht es genügt